Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Left 4 Dead 2 zusammen mit dem Raffel. Servus. Servus. So, und das ist ja genau die letzten Dings. Das waren ja nur zwei Kapitel. Und ich habe ja gesagt, das waren ein bisschen wenig. Und dafür gibt es jetzt volle Tröner. Death Toro. Hm. Wie gesagt, das war ja nicht, dass wir so weit aufreißen dürfen. Jetzt gibt es für uns. Yep. Hell came to Earth. These four are gonna send it back. Oh yeah, okay. Ja, bist du da. Ja, schaut schon mal... Ganz gut aus. Oh yeah. Oh yeah. Das erinnert mich ein bisschen wie an die eine Strecke zwischen... Zwischen Farm und Labor auf Black Ops 2 Transit. Schon, gell? Gell, voll. Ah. Das Waldstückerl da jetzt irgendwie. Na pass, dann gehen wir mal los. Mal schauen. Ich kninke einfach will. Aha, ja. Vielleicht finden wir da ja auch ein Bui-Messer. Ja. Ja, wegen den N.A.T. Aber vielleicht kann ich irgendwas machen. Ich weiß. Sollen wir da runter? Ist das vielleicht weniger am Port? Ja, ich kann die Ports nicht freigeben. Aber das hat mir nicht mit dem Router was zu tun, weil der Scheiße ist. Ja, eins halt. Warum hast du eine Schaufel in der Hand? Da war's nicht. Fuck. Bis. Hunter. Bis schon hin. Ja. Da hinten ist ein Splitter. Tja, wer hat ja gerade Bitch gesagt. Ich will mir das nicht, ja. Der taugt mir. Lade nach! Nein! Also da geht's nicht weiter. Oh, oh. Oh, okay. Was da passiert jetzt? Da geht's weiter. Nein, da geht's nicht weiter. Da ist nichts. Da geht's weiter. Ja. Du, du, du. Ähm, da oben geht's glaube ich auch nicht weiter. Ah, oh ja, da rein. Da rein, ja. Okay, jetzt wird's glaube ich lustig. Hm. Oh, nee. Hab ne Pfanne. Bin glücklich. Dann nehme ich halt dabei die Schaufel, weil ich brauche irgendwas im Nahkampf. Oh, oh. Jetzt wird hier nicht geschlafen. Bitte nicht geschlafen. Geh das mal an. Ich nehme Molly. Du, da hinten ist ein bisschen was, gell? Ach so. Hilfe. Hilfe. Erklo ist. Ja. Smoker. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Ist der mich auf so einer Range gewischt? Hier dann. Hilfe. Ist der mich auf so einer Range gewischt? Boah. Jetzt, wer hat die Spritze jetzt da mitgenommen? Ja. Ich! So. Oh, da kommen so viele! Ja, da unten ist super. Leute! Wo bist du? Unten. Ach so, ja, dann sag halt. Da kommen so viele, bist du teffert. Da waren gerade so viele Zombies, bist du teffert? Bin da runtergekupft und dann geht's brr, brr, brr. Da ist nix. Ja, dann müssen wir da oben weitergehen. Ja. Ein Defi. Ja, da geht's raus. Wartet, ich muss heilen! Ja. 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 Joll. Dass man das so aufhupfen kann, hab ich gar nicht wusste. Alter, echt jetzt? Nein, 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 nein. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Das ist nicht witzig. Aber hast du doch noch hier? Aha. Aha. Schutzraum. Wie man alle eigentlich immer auf die Wanddinger draufgeiern, Alter. Mach das Scheiß-Tür selber zu, du Volltrottl. Ich schätze, ja. Jetzt hätte meiner schon wieder zu blöd zum Lachen angefangen. So, das waren jetzt nur 7 Minuten, was das dauert hat. Ich würde sagen, da hängen wir gleich das nächste Kapitel noch dran. Ja, können wir machen. Bei einer 7 Minuten Folge mache ich dann auch wieder nicht. Ja. Super-Killer, was ist denn das, Alter? Besonnen Infizierten. Mhm. Ja. Geht gleich weiter. Ja, fetz mal gleich durch da. Warte mal, Munition hätte ich mitnehmen können. Ja, mhm. Ja, mhm. Mh. Ah fuck Ich glaub da gibt's munition Ja Hier liegt die Waffe Leiden ab Hey da gibt's andere Locken Ich nehme mir das Jagdgewehr Ich nehme mir das Jagdgewehr Die sind immer ganz dicht Was hast du gesagt? Ich nehme mir das Jagdgewehr Munition Was schießt du? Einfach mitten ins Nächstes Alles was davon ist Erstmal hier ist Witch Die Taschenlampen aus Wie sieht man dreht Ja aber es sagt die Taschenlampen aus Wie schaltet man die aus? Äh Nein warte einmal Warte ich schau nochmal Gach wo man die Das ist ein Durmars Äh Tasten Belegung Kampf Nein Bewegung Kommunikation Da Taschenlampen E Na da ist es nicht Oh ja auf E Also bei mir dreht es nicht auf E Wo Da drüben Ist bei mir schon Bei mir Von mir muss gern Warte mal Hä Hä Warte mal Du hast jetzt wirklich wo das loskommt Achtung Vielleicht Ja Bei mir ist ja noch nicht einmal die Taschenlampen aus Ist ja wurscht Das hat er nur wegen der Witch gesagt Warum habe ich Scheiße im Gesicht? Pfff Deppert er Deppert er Deppert er AK Hier ist eine Waffe Und eine Machete Uh AK Da oben sitzt Ich schmeisse eine Rohrbombe Ah Jojane Die gehen viel zu weit Pfff Ist ja wurscht Schieß mal drauf Die die Warte 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 vielleicht ja wäre davor rinnt noch einer Nein, Hilfe! 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 Nein, ich bin wieder vor, oder? Schmocker, ah, Schmocker, äh, äh, Charger. Schmocker, äh, Charger. Schmocker, bliv, bliv. Nein, nein, schmocker, schmocker! Schmocker! Okay? Francis! Das war's noch nicht, komm auf die Beine, wir müssen weiter. Ich muss mich regenerieren. Weißt du, da liegt ein Revolte, also eine Pistole, was sagt er, Waffen. Ja, wie immer. Na gut, da sind zwei Revolte. Ab in den Schutzraum. Ist er schon da, oder was? Das ist jetzt auch innerhalb von sieben Minuten gegangen. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ja. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Das ist richtig. Ja. Warum? Nein. Das Spiel hat sich gerade schon wieder halb aufgehängt. Es hat schon wieder dieses komische Ding gehabt, wo sie es aufhängt und dann tut es wieder weiter, wenn es wieder drauf geht. Ja, ja, weißt du schon, weißt du schon, weißt du schon. Warte mal, ich gehe jetzt mal in die Internet, da gibt es auch noch Waffen. Na ja, gut. Genau. Na ja, gut. In der nächsten Folge geht es dann da weiter. Und dann, ja, würde ich sagen, was würde ich sagen? Bis dahin, schau. Warte mal. Raffel, schau mal her. Du schaust, warte, du sollst herschauen. Du schaust scheiße aus. Du mega, du. Du schaust nicht recht viel besser aus mit deiner Chick in der Barbe. Doch, du bist nie getrauchert, du Beil. Du schaust nicht recht viel besser aus. 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 Du schaust nicht recht viel besser aus.